Ja, und du hättest erstmal das Pferd sehen müssen. Ja, und auf was der auch angeritten kam, das war irre. Hallo Freunde, ich bin Little Confused Brain oder auch Knabe Yannick. Ich begrüße euch zu einem kleinen Informationsvideo. Morgen ist ein ruhmreicher Tag. Denn morgen ist nicht nur Samstag. Wir fangen auf twitch.tv slash brain mit Professor Layton und die Maske der Wunder an. Ein 3DS-Rätselspiel wie kein zweites. Es wird der absolute Wahnsinn. Es wird sehr, sehr cool. Und nicht nur das. Es gibt auch morgen eine Kooperation. Und zwar spiele ich morgen ab 17 Uhr World of Warships. Und was ganz wichtig ist, ist, dass ich die richtige Crew dabei habe. Und Freunde, wenn ihr jetzt dieses Video hier seht und das hier schon witzig findet, dann wartet mal, bis Kadett Kolb reinkommt. Der erwartet euch am Samstag nämlich auf twitch.tv slash brain. Und wenn ihr vorbereitet sein wollt, denn das Spiel ist ein bisschen größer, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr den ersten Link in der Beschreibung anklickt, euch einen Account registriert über diesen Link, das Spiel herunterladet und dann seid ihr bestens vorbereitet, um am Samstag mit mir zusammen in der Crew durchzustarten. Ich freue mich auf euch und ich freue mich sehr, Schiffe zu versenken. Wir sehen uns am Samstag. Bis dann. Ja, nee, ich nehme auch so ein Sorgebräu. Ja, gerne.